Hey Leute, ich bin's, euer Fabrizio. Ey, das klingt ja zwar alles wie Party und so, aber das ist der reinste Albtraum. Ich hab mich gerade mit Biancas Mutter gefetzt, ohne Ende. Ihr kennt ja Bianca. Könnt ihr euch mal vorstellen, dass die Mutter zehnmal schlimmer ist wie sie? Ey, lauter nur Theater hier. Macht mir Vorhaltungen, betitelt mich die ganze Zeit, als wäre ich ein Versager, wo die Kinder bleiben und und und. Das ist völlig... Un moment, ich bin hier, Vodka-Buttana. Aber es ist möglich, wir haben schon zwei Minuten im Silenzio hier. Es geht schon los, ich bin mal kaum für mich alleine, schon kommt sie mir auf der Pelle. Das ist echt süßig. Leute, ich vermisse euch alle in Berlin. Ich vermisse sogar Ole mit seinen Freitchen, ihr könnt mich das nicht vorstellen. Hier ist echt die Hölle, mir geht's gar nicht. Un moment, zwei Minuten, ich bin hier. Waffan cool. Ey Leute, es tut mir leid, ich kann nicht mehr jetzt hin. Ich hofft mich schon wieder auf der Pelle, ich muss auch auf immer freu ich mich auf euch und ihr werdet bald wieder von mir her haben, euer lieber Fabrizio. Macht's gut. Ich komme ja schon, Mann! Moment!